Jo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin überbelichtet. Tut mir leid, muss ich kurz anstellen. Hier. Das ist schon gedämmt. Okay, gut. Dann nehmen wir es jetzt mal so. Ah, jetzt funktioniert es. Sorry, hat er jetzt gerade ein bisschen Probleme. Müsste jetzt eigentlich gut helfen. Wir spielen weiter. War jetzt eine kleine Pause bei Slime Ranger. Tut mir leid dafür. Oh, und schon ist meine. Wo waren wir? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß einfach, hier hatten wir die Plots drin. Die waren schon recht weit. Hier machen wir jetzt sowas. Sollte reichen. So, ähm, hier ist was Essen drin. Das Plot drin. Gut, ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben noch diesen kleinen blauen Slime Captain. Wie ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollten. Ähm, ja. Ist halt immer so nach einer neuen, neuen Aufnahmsaschen. Ich hoffe, ich nehme jetzt wieder ein paar Folgen auf. Also, ich sollte jetzt wieder ein paar Folgen aufnehmen können. Äh, hier sind die Karotten am Pflanzen. Ansonsten hier diese viereckige Dinger. Wir haben ein bisschen Kohle, aber das ist jetzt nicht... Ne, eigentlich haben wir keine Kohle. Ähm, es gab noch ein neues Update. Sonst einfach so, dass ihr das kurz wisst. Ich weiß aber nicht, was da drin vorkam. Ähm, ich muss schauen, das ist echt schlimm. Ich habe noch China, glaube ich. Und ich wollte hier einen Gord... Okay, gut. Ähm, ich wollte hier eigentlich, glaube ich, diesen Riesengord auffüttern. Äh, könnt ihr das Handy auf lautlos schalten. So, ist lautlos geschalten. Äh, nehmen wir einen Hühnern mit. Geben wir dafür... ...einen Huhn wieder. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir die wieder futtern haben. Weil, ähm, dann haben wir das, glaube ich, ein bisschen wenig Futter für die. Entschuld... Ich entschuldige mich noch für dieses unglaublich creamer, creepy Licht. Ich muss da noch mal noch was anders machen. Aber, momentan habe ich noch keine gute Alternative gefunden. Vielleicht noch eine zweite solche Lampe. Aber, dass sie von unten strahlen, muss ich schauen. Vielleicht muss ich sie irgendwie... Irgendwie in der Luft befestigen, muss ich noch schauen. Aber, ja gut, momentan müssen wir jetzt so... Bleiben die so. Ähm, kann ich jetzt auch nichts machen. Eigentlich werden sowas sehr gut. Und dann auch von dieser Seite. Und dann werden wir echt gut ausgeleuchtet. Was wissen wir für den Slime? Hallo Slime! Ich habe keine Ahnung, dieses Rhyme ist ganz komisch. Verstehe ich jetzt nicht genau. Okay. Verstehe ich, ich habe ja den... Glück Slime. Warte mal kurz, was war das jetzt? Äh, es geht kurz... Nee. Doch, hier Slime-Pedia. Slimes. Das ist jetzt nur ein komischer... Glück Slime? Fleisch? Oh, schade. Also... Wenn die Luft katapultiert wird, so wird der Angel entdeckt. Das ist zu fangen, also fangen könne man die wohl nicht, oder? Schauen wir jetzt noch mal kurz, ob wir hier noch was... Wir haben so viele Meatslams, dann nehme ich nichts an, dass dann noch irgendwas an... Autsch... Wo Leute da waren... Da waren wir aber schnell... Für diese zwei, wir hätten uns füttern können... Haben wir hier hinten... Alter Leute wir haben fast keinen Platz mehr da hinten... Äh ne stimmt, das haben wir immer noch nicht... Äh... Wir hatten ja letztes Mal glaube ich noch ein neues Gebiet entdeckt... Deshalb haben wir auch diese Spezial... Dieses Lams die äh... Im Wasser sind... Wieso ist das so warm? Oder ja... Ich habe momentan glaube ich... Keine Ahnung wie viel Grad hier drin... Aber es ist viel zu warm eigentlich... Ich merke ich muss irgendwas... Der Slime da drüben habe ich glaube ich platzen lassen... Äh... Was essen schon wieder Dings? Kurz schauen... Äh ne... Was sind denn diese Punkte? Jetzt Bäume? Könnte es sein, dass Bäume sind... Grüne Bäume vielleicht... Ähm... Interessant so... Lapea... Slimes... Phosphor... Früchte... Früchte... Das heißt auch... Solche Früchte... Oder das Poco Fruits... Oder Poco Früchte... Wie sich... Auf Deutsch heißen... Irgendwo war es auch so ein Phosphorslime... Ich weiß zwar nicht mehr wo... Aber... Die ist kaputt schon... Da hat es nicht mehr... Eigentlich nichts mehr... Da... Ich muss mal schauen, dass ich ein neues Jetpack und so kaufen kann... Vielleicht mal ins Bett schlafen gehen dann... Muss ich noch schauen wieso... Weil wir wollen ja... So... Für alles die es nicht mehr wissen... Weil es schon ein bisschen her ist... Seit ich die... Seit die letzte Folge Slime Ranger da war... Hier ist der genau... Und... Naja... Das... Schatzkapps... Ist verschlossen... Und... Und... Renn durch... Durchrennen... Alles einziehen was... Wie man nur kann... Und dann... Renn... Hui... So... Sehr gut... Gut schauen... Ich weiß echt nicht mehr was der Typ da hinten hat... Ich kann auch schon das nur ein Teleporter war... Oder ist leider... Ähm... Gehen wir den Stein holen... Das sind viele Meat Slimes... Oh... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Gut schauen... Äh... Ohne meine Kiste schaut ab... Oh... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Phosphor Slam... Nice... Aber brauche ich es gar nicht... Und der Ster wird eh sterben... Also bleiben wir hier... Kurz abchecken... Was sind wir denn hier gelandet? Kurz... Ist das... Ist das der Ort den ich meine... Den ich schon freigeschaltet habe? Oder... Ja... Dann habe ich freigeschaltet... Nice... Das ist... Jetzt haben wir eine schnelle Teleportion... Wohin eigentlich? Ein Hufuhn... Geben wir hier jetzt so rein... Noch eins... Ein Gokokkel geben wir da... Ups... Ja Jungs... Ich kann mal kurz schauen... Was kann man hier eigentlich noch machen? Vitaminizer... Okay gut... Einfach, dass wir jetzt wissen... Ein kurzer mal... Und dann mal kurz alles aufsammeln... Und dann ist es eigentlich auch schon fast fertig... Weil dann haben wir auch schon wieder... Zehn Minuten... Kannst alles noch... Da rauskommen müssen... Und... Ich glaube die... Ich weiß nicht... Wenn die Wochen voller werden, oder? Ja genau... Schön... Schön noch alles... Lord rausholen... Sehr schön... Das gefällt mir... Leute... Das gefällt mir... Aufpassen... Dass wir jetzt nicht voll sind... So... Momentan verkaufen wir wirklich alles einfach direkt... Weil es einfach am besten geht... Hier kann man hier noch was machen... Da kann man glaube ich... Sprenkleranlage... Das stellt sich ja... Das dann... Zwei mal so schnell wachsen... Ich glaube... Naja... Ist alles aus... Diese Schleimseuche... Die wir echt nicht brauchen... Weil wir ja... Das haben... Und jetzt mit dieser... Schönen Aussicht... Bedanke ich mich vielmals... Bis zum nächsten Mal...